Sie sind auf der Suche nach der perfekten Ladelösung, die sich nach innen richtet und nicht umgekehrt? Dann sind Sie hier genau richtig. Ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem heutigen Webinar über den Fronius Wattpilot und den Slogan Laden, wie ich will. Mein Name ist Michael Raunig und gemeinsam mit meinem Kollegen David Sanditsch werden wir Sie heute durch dieses Webinar führen. Wenn Sie also Fragen haben sollten unter dem Webinar, nutzen Sie gerne auch unsere Live-Chat-Funktion und wir werden die Fragen dann für Sie direkt beantworten. Ja, Laden, wie ich will, darunter steht unser Fronius Wattpilot und in diesem Sinne möchte ich Ihnen heute unsere neue Elektromobilitätslösung näher bringen, möchte Sie hinführen, warum Elektromobilität und Photovoltaik das perfekte Match sind sozusagen, warum diese zwei Sektoren so gut aufeinander abgestimmt sind und wie Sie mit dem Fronius Wattpilot schlussendlich tatsächlich laden können, welche Lademode es gibt, wie Sie den Wattpiloten verwenden können, wie auch weiterhin die Integration in Fronius Soloret in unser Visualisierungsportal aussieht, wie Sie hier die Daten abfragen können und dann möchte ich Ihnen natürlich noch diverse Funktionen zeigen, die unseren Wattpiloten so einzigartig machen, wie zum Beispiel das Load Balancing, mit dem Sie die Einspeisung beziehungsweise den Bezug vom Netz regeln können und das OCPP, das Open Charge Point Protokoll 1.6, die Implementation davon. Ja, zu guter Letzt haben wir dann noch ein paar Anwendungsfälle für Sie, wo ich Ihnen diverse Funktionen und Anwendungen für den Wattpilot zeige. Starten wir also direkt los mit dem ersten Thema und das ist die Elektromobilität mit der Photovoltaik. Diese beiden Sektoren, wenn Sie sich bereits damit beschäftigt haben, werden Sie sehr schnell herausfinden, dass Elektromobilität und PV zusammengehören, wie Wind und Wasser, wie Sonne und Mond. Elektromobilität und Photovoltaik kombiniert sich deswegen so gut, weil wir ein grundsätzliches Problem beim Laden der Elektrofahrzeuge haben. Wenn wir uns jetzt hier die Photovoltaikerzeugungskurve im ersten Bild anschauen, das ist die blaue Linie, hier die blaue Fläche. Hier sehen wir, wir haben eine Mittagsspitze zurzeit, zum Mittag und dann haben wir natürlich auch noch einen Hausverbrauch, das ist die rote Fläche davor. Ja, wenn wir jetzt also nachmittags heimkommen, 16, 17 Uhr, das Elektrofahrzeug anstecken und mit maximaler Leistung unkontrolliert, unintelligent sozusagen das Auto laden, was passiert dann? Wir erzeugen natürlich eine sehr hohe Lastspitze aus dem öffentlichen Netz, beziehen einerseits Energie aus dem öffentlichen Netz und auf der anderen Seite belasten wir auch die Netze mit höherer Leistung. Ja, das wollen wir natürlich verhindern, einerseits um das Netz zu stabilisieren, einerseits um Netzbelastungen zu verhindern, um diese Peakloads zu vermeiden und auf der anderen Seite ganz einfach auch aus Kostengründen, denn die Energie, die ich aus dem Netz ziehe, muss ich ja auch teuer bezahlen und das möchte ich mit einer Photovoltaikanlage natürlich auch verhindern. Ja, daher bieten wir bei Fronius zwei verschiedene Lösungen an, die ich Ihnen heute präsentieren möchte. Das ist einmal die Ansteuerung mit den Fronius Inverter integrierten IOs, digitale IOs und mit diesen IOs haben wir die Möglichkeit, die Last, also in dem Fall die Ladestation, intelligent zu steuern. Das heißt, wir können das Ganze so machen, wir reduzieren die Ladeleistung, wir reduzieren den Ladesprung und sorgen dafür, dass mehr aus dieser Photovoltaik-Energie, die hier gewonnen wird, für den Ladevorgang genutzt wird. Das Ganze funktioniert dann natürlich auch noch mit einer Nachtladung, das heißt, man kann ja auch in der Nacht Energie nachladen, wenn untertags nicht genug Energie zur Verfügung gestanden. Sie sehen schon, das Ganze funktioniert ganz gut, in dem Fall aber nur einstufig, das heißt, wir haben hier eine fixierte Ladeleistung, mit der wir das Auto laden und links und rechts, man sieht es hier schon, die überschüssige PV-Energie kann nicht zur Gänze genutzt werden. Und deswegen möchte ich Ihnen hier die dritte Lösung zeigen, das ist die dynamische Ansteuerung mit dem Fronius Budpilot und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, wirklich dynamisch die überschüssige Leistung, die überschüssige Energie ins Fahrzeug zu bringen. Der Wattpilot reguliert dann sozusagen die Ladeleistung immer demnach, welchen Wert er vom Wechselrichter bekommt, wie viel überschüssige PV-Energie und wie viel Leistung gerade zur Verfügung steht und kann genau diese Energie dafür verwenden, um das Auto dann dynamisch damit zu laden. Man sieht hier schon den großen Unterschied, ich kann jetzt hier wirklich das Optimum der PV-Kurve nutzen, um damit das Fahrzeug zu laden und kann dann eventuell auch noch in den Nachtstunden nachladen, wenn nicht genug Energie zur Verfügung gestanden hat. Man sieht jetzt auch schon den großen Unterschied, einmal habe ich sozusagen umgesteuert eine riesen Lastspitze im Netz und auf der anderen Seite habe ich dann im Prinzip gar keinen Netzbezug, entlasse damit das öffentliche Netz, verhindere Lastspitzen und kann auch noch günstig laden mit der eigenen Energie aus der Photovoltaikanlage und kann so möglichst günstig Auto fahren. Ja, die erste Möglichkeit, die Ansteuerung über das Lastmanagement, die erfolgt relativ einfach. Wir haben jetzt hier im Wechselrichter, auf der linken Seite sieht man das, die digitalen IOs, das sind einfach 12 Volt DC-Ausgänge, mit denen haben wir die Möglichkeit, über ein ganz gewöhnliches 12 Volt Relais die Last, also die Ladestation, zum Beispiel die Steckdose, an der das Auto angeschlossen ist, zu schalten. Das heißt, es ist dann einfach ein Kontakt, mit dem ich mit dem Relais die Steckdose ein- und ausschalten kann. Das Ganze funktioniert einphasig, funktioniert dreiphasig, allerdings, wenn wir uns jetzt hier den Tagesverlauf anschauen, wie so eine Anlage dann in der Realität aussieht. Man sieht hier in Grau die PV-Erzeugungskurve, man sieht dann hier einstufig diese Ladeleistung und man sieht, es wurde schon etwas von der PV-Leistung genommen, von der PV-Energie verwendet, allerdings links und rechts verlieren wir natürlich immer noch Energie, die dann, wenn nicht mehr genug Leistung zur Verfügung steht, ins Netz eingespeist wird. Ja, und alternativ dazu dann die dynamische Anstrengung mit dem Phonius Wattpilot. Die ist relativ einfach erklärt. Wir haben einmal den Wattpilot als Ladelösung, wir haben dann ganz wichtig in diesem System unseren Phonius Smart Meter am Einspeisepunkt. Dieser Smart Meter, der detektiert jetzt sozusagen die Energieflüsse von und zum öffentlichen Netz und mit diesen Daten können wir jetzt feststellen, liegt ein PV-Überschuss an, beziehungsweise findet gerade ein Netzbezug statt. Ja, der Phonius Wechselrichter, der weiß dann natürlich genau, wie viel PV-Energie erzeugt wird und mit Hilfe der Daten kommuniziert der Wechselrichter dann über unsere Solar-API-Schnittstelle einfach über WLAN, also über kabelloses Netzwerk mit dem Wattpilot und teilt dem Wattpilot den Wert, der aktuell anliegt. Der Wattpilot kann diesen Wert dann regulieren und kann die Ladeleistung des Fahrzeugs anpassen, kann also eine neue Ladeleistung vorgeben und kann damit den Ladevorgang dynamisch regulieren. Das Ganze funktioniert natürlich mit sämtlichen Phonius Wechselrichtern, das heißt, egal ob Sie hier den Phonius Snap-Inverter-Serie haben, die älteren Geräte oder auch natürlich den Gen24 Plus beziehungsweise den Phonius Tauro, hier sind sämtliche Phonius Wechselrichter mit dem Wattpilot kompatibel. Wenn wir uns das jetzt also anschauen auf den Tagesverlauf bezogen, hier sieht man dann schon einen sehr großen Unterschied zur statischen Ansteuerung. Hier sehen wir dann also die PV-Energie, die in dem Wattpilot für das Laden des Fahrzeugs verwendet wird. Wir können jetzt hier wirklich sozusagen die gesamte PV-Energie nutzen, bis das Elektrofahrzeug voll geladen ist und das Auto den Ladevorgang dann beendet. Das heißt, man kann hier jetzt wirklich das volle Potenzial der PV-Anlage nutzen, die volle Leistung nutzen, um das Elektrofahrzeug hier zu laden. Ja, schauen wir uns als nächstes also den Phonius Wattpilot, das Gerät selber an und hier unterscheiden wir grundsätzlich zwischen zwei Varianten. Es gibt den Wattpilot als Home-Ausführung und als Go-Ausführung. Das Home-Gerät ist jetzt sozusagen einfach eine stationäre Lösung, mit der Sie zu Hause fix installiert laden können. Man sieht das hier schon am Wattpilot, am Gerät selber, ist dann ein zwei Meter fix installiertes Installationskabel dran. Das kann an einer Wanddose oder Unterputzdose direkt angeschlossen installiert werden und dann stationär verwendet werden. Demgegenüber steht dann der Wattpilot Go und hier haben wir die Möglichkeit, das Gerät mobil zu nutzen und so ist der Wattpilot grundsätzlich auch konzipiert. Dadurch, dass der Wattpilot hier in der Go-Variante immer mit einem Stecker versehen ist, haben Sie die Möglichkeit, das Gerät auch mitzunehmen im Auto. Das heißt, Sie können den Wattpilot einfach, ist ja ein kompaktes Gerät, können Sie hier einfach in der Garage mit sich führen und anstecken und die Autoladen, wo immer Sie auch eine Steckdose finden. Das ist der Grundgedanke dahinter. Daher also jeweils ein CE-16-Rot bzw. CE-32-Rot-Stecker am Gerät integriert und da unterscheiden wir auch bei der Leistung der Geräte. Wir haben jetzt die Home- und Go-Variante jeweils in einer 11-KW-Ausführung bzw. 22-KW-Ausführung. Das heißt, je nach Gerät kann ich dann mit maximal 16 Ampere bzw. 32 Ampere laden und der Wattpilot kann jetzt sozusagen dynamisch reguliert werden in diesem Bereich zwischen 6 und 16 Ampere bzw. 6 und 32 Ampere für die Größen, 22-KW-Geräte. Warum 6 Ampere? 6 Ampere hat deswegen zugrunde, weil die Autos einen minimalen Ladesprung benötigen und dieser fängt bei 6 Ampere an. Das ist sozusagen die minimale Ladeleistung, mit der ich das Elektrofahrzeug laden kann. Daher kann der Wattpilot sozusagen ab 6 Ampere aufwärts anfangen zu regeln. Im Standardlieferumfang ist dann enthalten einmal das Gerät selber, daneben auch die Wandhaltungsplatte. Sie sehen schon, diese Wandhaltungsplatte kommt extra, hat eben den Hintergrund, ich kann mit den Wattpiloten an Ort und Stelle, wo ich laden möchte, im Carport, in der Garage installieren und aufhängen und kann dann mit dieser Wandhaltungsplatte den Wattpilot jederzeit einfach aus der Wandhaltungsplatte abziehen, den Stecker abziehen und entsprechend im Fahrzeugmobil mitnehmen. Ja, des Weiteren ist dann noch diese RFID-Reset-Card im Lieferumfang enthalten. Diese Reset-Card können Sie einerseits nutzen, um den Wattpilot auf Werkseinstellungen zurückzusetzen und auf der anderen Seite für die erste Inbetriebnahme finden Sie auch die wichtigen Informationen darauf, um sich auf das Gerät zu verbinden. Außerdem ist dann noch ein RFID-Chip im Lieferumfang enthalten. Diesen Chip, den können Sie einfach als Schlüsselersatz sehen, das heißt, wenn Sie hier im öffentlichen oder halböffentlichen Raum installieren und verhindern möchten, dass fremde Personen am Wattpilot laden, dann kann ich mit diesen RFID-Chips ganz einfach den Zugang kontrollieren, sozusagen den Wattpilot freischalten und nur zertifizierte Benutzer können das Gerät nutzen. Ja, außerdem enthalten natürlich eine Diebstahlsicherung und mit diesem Cable-Lock habe ich sozusagen die Möglichkeit, das Gerät selber zu sichern gegen Entwendung. Das heißt, jeder kann ja, wenn er nicht gesichert ist, das Gerät einfach abziehen und mitnehmen und mit diesem Diebstahlschutz ist dann der Wattpilot gegen Entnahme gesichert. Ja, optionales Zubehör gibt es dann auch noch zum Wattpilot und hier natürlich ganz wichtig im Sinne der Mobilität die einzelnen Adapterkabel. Das heißt, Sie können jetzt hier zum Wattpilot zusätzliche Adapterkabel ordern, um den ursprünglichen Stecker, also entweder CE 16 oder 32 Ampere auf einen jeweils anderen Stecker zu adaptieren. Das heißt, Sie sehen schon, je nach Gerät, entsprechend, ob Sie ein 16 Ampere oder 32 Ampere Gerät ordern, gibt es dann unterschiedliche Adapterkabel und die adaptieren dann zum Beispiel auf die Schuko-Steckdose, auf CE-Blau, also auf die KARA-Steckdose, wie man sie nennt und natürlich entsprechend auf die andere Kraftstrom-Steckdose, auf CE 16 bzw. CE 32. Das heißt, mit dem sind Sie dann sozusagen immer flexibel unterwegs und können Ihr Fahrzeug anstecken, wo immer Sie eine Steckdose finden. Ja, zusätzlich gibt es dann natürlich noch ein Typ-2-Kabel, hier gibt es verschiedene Längen, je nachdem, ob Sie schon ein Typ-2-Kabel haben bzw. eines dazu haben möchten, gibt es hier verschiedene Längen, codiert in dem Fall mit 32 Ampere auf 22 Ampere. Zusätzlich gibt es dann noch ein 10er-Pack von diesen RFID-Chips, mit denen können Sie dann sozusagen bis zu 10 Personen Zugang zum Gerät gewähren, können diese RFID-Chips jederzeit am Gerät anlernen und wieder löschen und damit sozusagen den Wattpilot freischalten. Die Montageplatte gibt es auch extra, wenn Sie hier zum Beispiel auf einem zweiten Standort laden möchten und dort den Wattpilot auch schön aufhängen wollen, dann gibt es eine Montageplatte extra, sowie, ganz wichtig, auch eine Kabelaufhängung, wenn Sie hier das Kabel entsprechend sortiert an die Wand bringen wollen, gibt es hier eine Kabelaufhängung auch extra zu. Ja, was ist jetzt also wichtig bei der Hausinstallation des Fronius Wattpilot? Und hier ist grundsätzlich zu sagen, in der vorrangigen Installation des Geräts ganz wichtig, ein FI-Typ A mit 30 mA Absicherung und zusätzlich ein Leitungsschutzschalter. Das heißt im Prinzip immer, wenn Sie eine CE-Dose absichern, machen Sie nichts anderes beim Wattpilot, einen FI-Typ A installieren und einen Leitungsschutzschalter. Ganz wichtig, der Wattpilot, der hat integriert eine sogenannte RCMU, das heißt, er erkennt jetzt hier auch glatte Gleichstromfehlerstücke. Das heißt, da bitte auch ganz speziell darauf achten, wenn Sie andere Elektromobilitätslösungen installieren, achten Sie immer darauf, dass die Ladestation die Typ B-Charakteristik erfüllt, dass hier nicht nachträglich ein Typ BFI installiert werden muss, denn das kann natürlich ganz schön ins Geld gehen. Hier macht der Wattpilot alles richtig, die RCMU ermöglicht das sozusagen und hier benötigen Sie keinen extra Typ BFI, sondern es reicht in der vorigen Installation ein Typ A, FI mit 30 mA und der Leitungsschutzschalter. Ja, für das Installationskabel hier mindestens 4 Quadrat Kabel vorsehen. Wir empfehlen aber grundsätzlich eher 6 Quadrat, 8 Quadrat oder größeren Querschnitt zu verwenden, je nach Leitungslänge natürlich von der Elektroinstallation bis in die Garage oder ins Carport und natürlich ganz wichtig, je nach Leistung, die Sie dann tatsächlich über diese Zuleitung abrufen wollen. In der Garage beziehungsweise im Carport können Sie dann natürlich jederzeit eine CE-3-phasige Dose installieren, also das heißt entweder 16 Ampere oder 32 Ampere, perforiert natürlich genau auf den Wattpilot abgestimmt, den Sie dann entsprechend kaufen, beziehungsweise Sie können natürlich jederzeit auch das Ganze einphasig realisieren. Wenn Sie zum Beispiel nur eine einphasige Leitung zur Verfügung haben, ist das überhaupt kein Problem. Sie können dann hier jederzeit auch eine CE-1-phasig Caraschek-Dose installieren. Ja, soviel zum Wattpilot Go. Beim Wattpilot Home können Sie natürlich direkt eine Anschlussdose oder Unterputsdose installieren, je nach Installationsort. Und ganz wichtig, für die Datenkommunikation empfehlen wir Ihnen, einen Powerline-Adapter zu verwenden. Mit dem Powerline-Adapter haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, um eine sichere Datenkommunikation sicherzustellen. Sie wissen, der Wattpilot kommuniziert jetzt hier über WLAN und damit es hier zu keinen Datenabbrüchen kommt, gerade bei größeren Entfernungen zwischen Garage und WLAN-Router, dass es hier zu einer sicheren Verbindung kommt, empfehlen wir hier einen Powerline-Adapter zu benutzen. Wenn Sie hier eh schon den Strom in die Garage bringen sozusagen, können Sie dann hier auch die Daten über die Stromleitung abgreifen und haben hier eine sehr sichere Verbindung, um zu verhindern, dass es hier zu Datenkommunikationsstörungen Ja, zu guter Letzt dann noch die begrenzten Faktoren für die Ladeleistung. Hier möchte ich Ihnen vier Faktoren mitgeben, die tatsächlich limitieren die maximale Leistung, die Sie dann am Fahrzeug beziehungsweise im Akku ankommen lassen können. Und diese Ladeleistung, die hängt eben von vier Faktoren ab. Der erste Faktor, sehr wichtig natürlich, die Zuleitung beziehungsweise der Hausanschlusspunkt, den der Kunde bei sich zu Hause hat. Das heißt, je nachdem, welche Zuleitung Sie hier verwenden, beziehungsweise wie stark der Hausanschluss jetzt hier abgesichert ist, entspricht natürlich der maximalen Ladeleistung, die Sie am Wattpiloten beziehungsweise für das Auto abrufen können. Der zweite Faktor, das ist dann die Wallbox oder das mobile Ladekabel. Hier gibt es eben verschiedene Ausführungen, wie zum Beispiel beim Wattpilot das 11 kW-Gerät oder 22 kW-Gerät. Der dritte Faktor, ganz wichtig, das verwendete Typ 2 Ladekabel. Hier gibt es bei den Typ 2 Ladekabeln, um jetzt eben die Ladestation mit dem Fahrzeug zu verbinden, verschiedene Kodierungen und verschiedene Leistungsstufen. Das heißt, es gibt Kabel, die sind zum Beispiel auf 16 Ampere kodiert, andere Kabel sind auf 32 Ampere kodiert und es gibt Kabel, die sind nur einphasig ausgeführt, während es Kabel gibt, die auch dreiphasig ausgeführt sind. Das heißt, hier bitte auch immer speziell darauf achten, welches Kabel Sie dann am Ende vom Tag tatsächlich benutzen, um Ihr Fahrzeug zu laden. Das ist auch ein limitierender Faktor für die Ladeleistung. Ja, und der letzte, aber vielleicht auch wichtigste Punkt, das ist das Onboard-Ladegerät im Fahrzeug. Und je nachdem, welches Fahrzeug Sie jetzt am Wattpilot laden, determiniert sozusagen dieses Onboard-Ladegerät ganz entscheidend die maximale Leistung, die Sie über die Ladelösung abrufen können. Es gibt zum Beispiel Fahrzeuge, die können nur einphasig laden. Es gibt aber auch Fahrzeuge, die dreiphasig laden. Und genauso gibt es maximale Ampere-Schwellen sozusagen, wie schnell Ihr Fahrzeug geladen werden kann. Hier bitte auch immer entsprechend auf das Fahrzeug abstimmen. Zum Beispiel die meisten Fahrzeuge mittlerweile können dreiphasig mit 11 kW geladen werden. Es gibt aber immer noch Fahrzeuge, die geringere Leistungen laden können. Und hier dann entsprechend bitte speziell darauf aufpassen, auf diese vier Faktoren, denn die bestimmen dann am Ende des Tages sozusagen, wie viel Leistung Sie tatsächlich abrufen können. Ja, das schwächste Glied in dieser Kette ist sozusagen als Serienschaltung gesehen, das schwächste Glied in dieser Kette bestimmt mir jetzt sozusagen die maximale Leistung, die ich abrufen kann. Es bringt mir jetzt sozusagen nichts, hier eine Zuleitung auf 32 Ampere abzusichern. Den Hausanschluss, hier habe ich auch 32 Ampere zur Verfügung, das passt. Wallbox und mobiles Ladekabel richtig auf 32 Ampere aus. Ich verwende das richtige Typ 2 Kabel. Und wenn der Kunde dann aber mit einem Fahrzeug das Auto laden möchte und das Fahrzeug kann aber nur Hausnummer 5 oder 6 kW maximal laden, einphasig, dann werde ich mit der Ladeleistung sozusagen nicht glücklich sein am Ende vom Tag. Deswegen hier bitte immer speziell darauf achten, der limitierende Faktor in dieser Kette gibt dann am Ende vom Tag immer die Ladeleistung. Ja, schauen wir uns als nächstes also die Lade-Modi an und wie ich mit dem Phonius Wattpilot jetzt tatsächlich laden kann. Grundsätzlich einmal, der Wattpilot ist eine normale Ladestation wie jede andere auch. Das heißt, Sie können hier sehr einfach mit dem Gerät direkt per Plug & Play sozusagen direkt laden. Das heißt, alles was Sie hierfür tun müssen, Sie stecken den Wattpilot an das Stromnetz an, verbinden die Typ 2 Buchse mit dem Fahrzeug und der Ladevorgang kann starten. Das heißt, genau hier im Sinne der Mobilität, Sie können den Wattpilot jederzeit mit sich führen und überall laden, wo Sie eine Steckdose finden. Hierfür haben wir auf der Frontseite einmal einen Taster vorgesehen. Man sieht ihn hier, diesen Button zur Ladestromeinstellung. Mit diesem Button kann jederzeit der Ladestrom variiert werden. Das heißt, zwischen 6 und 16 beziehungsweise 32 Ampere können Sie diesen Ladestrom jederzeit beliebig einstellen und im ersten Modus, im ersten Lademode, dem sogenannten Standard-Mode, jetzt das Fahrzeug einfach mit einem fix vorgegebenen Ampere-Wert haben. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel eine schwächere Steckdose haben, eine schwächere Zuleitung haben, können Sie hier jederzeit den Ladestrom anpassen, können geringer laden, können langsamer laden oder beziehungsweise können natürlich den Ladestrom auch jederzeit hinaufsetzen. Zusätzlich um die Typ 2 Buchse sehen wir dann hier diese LED-Punkte und jeder dieser LED-Punkte steht für einen Ampere. Das heißt, wenn jetzt hier zum Beispiel sechs LED-Punkte leuchten, dann wissen Sie, das Fahrzeug wird mit 6 Ampere geladen werden. Ja und hiermit können Sie natürlich ganz einfach auf der Frontseite des Geräts die Basic-Daten sozusagen ablesen. Auf der anderen Seite können Sie natürlich jederzeit das Ganze auch über unsere App abbilden. Über die SolarWattPilot-App, die finden Sie im App Store und hier können Sie sämtliche Einstellungen natürlich auch jederzeit über die App vornehmen. Ja, jetzt kommen wir also zum PV-basierten Laden, das heißt das PV-Überschussladen. Und hier haben wir zwei Lademodi, die sich speziell mit dem PV-Überschuss-basierten Laden auseinandersetzen. Der erste Modi, das ist der sogenannte Eco-Mode. Der Eco-Mode wird jetzt dafür sorgen, dass immer nur rein PV-Überschuss zur Ladung des Fahrzeugs verwendet wird. Das heißt, der WattPilot steht ja mit dem Wechselrichter in Kommunikation und weiß immer, wenn PV-Überschuss zur Verfügung steht. Der WattPilot wird jetzt diesen Überschuss verwenden und die Ladeleistung des Fahrzeugs entsprechend anpassen, dass wir hier eben dynamisch dem PV-Überschuss folgen können. Das heißt, mit dem haben Sie die Möglichkeit sozusagen zu verhindern, dass es zu einem Netzbezug kommt beziehungsweise, dass die Batterie, wenn Sie eine haben, eine stationäre PV-Batterie, dass diese entladen wird. Das heißt, wenn Sie wirklich dafür vorsorgen wollen, dass hier möglichst günstig geladen wird, verwenden Sie den Eco. Das möchte ich auch anhand eines Beispiels festmachen. Nehmen wir an, es ist Samstag. Sie wissen, morgen Sonntag müssen Sie nirgends hinfahren. Sie brauchen die Reichweite nicht unbedingt, wollen aber natürlich vorsehen, dass wenn PV-Überschuss vorhanden ist, dass Ihr Fahrzeug damit geladen wird. Dann haben Sie die Möglichkeit, den Eco-Mode zu wählen und das Fahrzeug wird immer dann geladen, wenn überschüssige PV-Energie zur Verfügung steht und bevor die ins Netz eingespeist wird, wird diese Energie genommen und ins Auto geladen. Ja, Sie sehen schon, das wirkt optional und das bedeutet, dass wenn zum Beispiel an einem Wintertag Schnee auf den Modulen liegt und Sie bekommen keinen PV-Überschuss zusammen, kann das natürlich auch sein, dass an diesem Tag gar nicht geladen wird. Ja, und um dieses Phänomen zu umgehen, haben wir den zweiten Modus, den Next-Trip-Mode. Hier im Next-Trip-Mode haben Sie jetzt hier die Möglichkeit sozusagen grundsätzlich dasselbe zu machen wie im Eco-Mode. Das heißt, es wird immer möglichst mit PV-Überschuss geladen. Allerdings sorgt der Next-Trip-Mode dann auch dafür, dass eine Mindestkilometer bzw. Mindestkilowattstunden Anzahl auf jeden Fall im Auto ankommt bis zu einer definierten Zeit. Also Beispiel Nummer zwei, es ist Montag, Sie wissen, morgen Dienstag müssen Sie wieder in die Arbeit und Sie wollen vorsehen, dass zumindest 60 Kilometer im Auto landen, egal ob die Sonne scheint oder nicht. Da wird der Next-Trip-Mode dann dafür sorgen, dass diese 60 Kilometer auf jeden Fall im Auto ankommen, entweder durch den Vortag durch PV-Überschuss oder wenn nicht und Sie stellen zum Beispiel sechs in der Früh als Ladegrenze ein, dann wird der Next-Trip-Mode dafür sorgen, dass diese 60 Kilometer oder Hausnummer zehn Kilowattstunden auf jeden Fall in Ihrem Fahrzeug landen, damit Sie Ihren nächsten Tagestrip sozusagen beschreiten können. Ja, das Ganze lässt sich dann auch noch kombinieren mit unseren flexiblen Stromtarifen und Sie haben jetzt hier beim Wattpilot außerdem die Möglichkeit, optional mit flexiblen Stromtarifen das Auto zu laden. Das heißt, genauer gesagt, in Deutschland, der sogenannte Luminar-Stromtarif bzw. in Österreich ist hier verfügbar der Avatar-Auli-Tarif. Mit diesen flexiblen Strompreisen können Sie jetzt sozusagen an der Strompreisbörse teilnehmen und immer wenn der Strom von der Strompreisbörse günstig ist, nehmen wir an, es ist ein sehr windiger Tag bzw. sonniger Tag, dann ist der Strom vom öffentlichen Netz natürlich günstiger und diese günstigen Stromtarifzeiten können Sie verwenden, um das Auto jetzt günstig zu laden. Kleiner Hinweis hierfür, müssen Sie natürlich den Strompreis entsprechend zu Hause anmelden. Das ist dann wirklich Ihr Hausstromtarif und diese Strompreiszeiten, die ruft der Fronius Wattpilot jetzt direkt vom Internet, von der Strompreisbörse ab und Sie können definieren über die sogenannte Ecomode-Preisgrenze, wann Ihr Auto geladen werden soll bzw. zu welchem Preis, also welche Preisschwelle unterschritten sein muss, damit das Auto dann auch geladen wird. Ja, ich denke in Zeiten von hohen Energiepreisen ist das natürlich ein ganz spannendes Thema, wann lade ich mein Auto und zu welchen Kosten lade ich mein Auto und natürlich können Sie diese Funktion auch unabhängig von einer Photovoltaikanlage nutzen, das heißt auch wenn Sie jetzt noch keine Photovoltaikanlage haben, können Sie diese Stromtarifzeiten trotzdem schon nutzen, auch unabhängig von der PV-Energie. Ja, hier noch die Visualisierung des Next-Trip-Modes, hier haben wir jetzt sozusagen untertags PV-Energie zur Verfügung, das heißt hier wird der Wattpilot auch dafür sorgen, dass diese PV-Energie im Auto landet und zusätzlich wird dann eben über eine Nachtladung sichergestellt, dass hier jetzt auch die gewünschte Energie am nächsten Tag um sechs Uhr im Fahrzeug bereitsteht. Ja, kommen wir also zu einer ganz speziellen Funktion von Fronius Wattpilot und das ist die automatische Ein- und Drei-Phasen-Umschaltung. Wenn immer Sie sich mit Ladelösungen für die Photovoltaik beschäftigt haben, werden Sie zu einem ganz speziellen Punkt gekommen sein, nämlich wenn ich das Auto jetzt einphasig lade und in einzelnen Ampere-Schritten das Fahrzeug geregelt werden kann, ergibt mir das einphasig sozusagen 230 Watt-Schritte beziehungsweise auf der dreiphasigen Ladung 690 Watt-Schritte. Das heißt, das ist sozusagen der Bereich, in dem der Wattpilot regeln kann, in dem ich das Auto regeln kann und in dem ich diese Ladevorgaben machen kann. Wenn ich jetzt sozusagen mein Auto auf der einen Seite immer nur einphasig lade, beziehungsweise immer nur dreiphasig lade, stellt mich das vor eine Herausforderung, nämlich die Ladeleistung. Das heißt, wenn ich jetzt hier anschaue, auf dieser Tabelle herunten, die Ladeleistung, in die ich einphasig beziehungsweise dreiphasig damit erreichen kann, dann sehe ich hier relativ schnell, 6 Ampere einphasig bedeuten 1,3 kW Leistung. Auf der anderen Seite 16 Ampere einphasig bedeuten 3,6 kW Leistung. Nehmen wir also an, Sie haben eine relativ große Anlage und wollen natürlich, also eine relativ große PV-Anlage und wollen natürlich die Leistung dieser Anlage dazu nutzen, um das Fahrzeug zu laden. Jetzt laden Sie aber mit Ihrer Lösung immer nur einphasig, was bedeutet, dass Sie im Bereich von 1,3 kW bis maximal 3,6 beziehungsweise 4,6 kW nur regeln können. Wenn Sie jetzt aber eine 20 oder 25 kW Anlage haben und Sie wollen relativ viel Leistung dieser Anlage runternehmen, sind Sie irgendwo hier je nach Hausabsicherung beziehungsweise Absicherung der Leitung auf 16 Ampere vielleicht 20 Ampere begrenzt und die Leistungsregulierung ist relativ gering. Auf der anderen Seite nehmen wir an, Sie haben eine relativ kleine Anlage und wollen aber dreiphasig laden oder laden immer nur dreiphasig, dann fängt mit 6 Ampere der minimalen Ladeleistung die Ladeleistung überhaupt erst bei 4,14 kW an. Nehmen wir also an, Sie haben eine 5 oder 6 kW Anlage zu Hause, dann benötigen Sie von dieser Anlage 4,14 kW an Überschuss, damit die Ladung überhaupt erst startet und das ist bei kleinen Anlagen oft nicht der Fall, das heißt die Ladeleistung wird nie erreicht sein und das Fahrzeug wird nie anfangen zu laden. Und da kommt jetzt die wichtigste Funktion von Fronius Wattpilot ins Spiel, das ist die automatische Ein- und Drei-Phasen-Umschaltung, das heißt das automatische Umschalten von der einphasigen Ladung auf die dreiphasige Ladung. Der riesige Vorteil und genau bei der PV-Überschussbasierten Ladung wollen wir das ja, ist jetzt, dass ich sozusagen das gesamte Leistungsspektrum der PV-Anlage nutzen kann. Das heißt in den Morgenstunden, wo wenig Leistung zur Verfügung steht, kann der Wattpilot mit 6 Ampere einphasig mit 1,3 kW anfangen zu laden, regelt dann im Tagesverlauf die Leistung nach oben, bis die dreiphasige Schwelle erreicht ist und kann dann automatisch auf das dreiphasige Laden umschalten, um dann hier sozusagen den Booster zu aktivieren und dann bis 22 kW die volle Leistung steckt, um der Anlage abzurufen und die volle Leistung auch für das Auto nutzbar zu machen. Sie sehen schon, diese Ein- und Drei-Phasen-Umschaltung ist jetzt wirklich wichtig für die PV-Überschussbasierte Ladung, denn ohne diese Umschaltung können Sie die Leistung der Photovoltaikanlage nicht nutzen, beziehungsweise sind immer auch begrenzt her, je nach Anlagengröße kann sich dann die Ladeleistung nicht entsprechend an Ihre Photovoltaikanlage anpassen. Und hier macht der Wattpilot eben alles richtig, hier kann ich mit dieser Ein- und Drei-Phasen-Umschaltung eben dafür sorgen, dass hier immer die Leistung auch entsprechend verwendet werden. Ja, kommen wir als nächsten Punkt zur Integration in Phonius Solarweb und alle Photovoltaik-Kunden werden natürlich kennen, unser Phonius Solarweb, unser Monitoring-Plattform für die Visualisierung und Sie können den Phonius Wattpilot natürlich jetzt auch in Phonius Solarweb online bringen, das heißt, Sie können sämtliche Daten in Solarweb visualisieren, monitoren und anzeigen lassen. Das hat natürlich den großen Vorteil, einerseits können Sie hier die Energiebilanzdiagramme ansehen, das heißt, Sie können hier direkt sehen, wie viel Energie hat Ihr Fahrzeug über eine Woche, über einen Monat, über das Jahr zum Beispiel gezogen. Sie können jetzt hier auch im Bubble-Chart zum Beispiel direkt die Ladeleistung, die aktuelle des Fahrzeugs abrufen, können das aus der Ferne beobachten und natürlich im History-Chart, so wie in der Report-Funktion, können Sie auch leicht die Detailwerte zum Wattpilot herausfinden, beziehungsweise ganz wichtig für Sie als Instrukteur auch natürlich die Report-Funktion, hiermit haben Sie dann die Möglichkeit auch Troubleshooting aus der Ferne, also Fehlerbehebung aus der Ferne vorzunehmen, um hier Ihrem Kunden direkt vor Ort helfen zu können. Ja, für die Energiebilanz sieht das Ganze folgendermaßen aus, hier haben wir also die Energiebilanz für Tag und Monat, beziehungsweise das Ganze geht natürlich auch fürs Jahr und hier können Sie dann direkt sehen, wie viel Energie hier in Lilla dargestellt, ist in Ihr Auto geflossen. Das heißt, Sie haben dann hier die perfekte Übersicht über Ihre Fototeikanlage, sehen zum Beispiel, wie viel Energie in Ihre Batterie, in Ihre stationäre Batterie geflossen ist, wie viel Energie für die Warmwasseraufbereitung genommen wurde, wie viel Energie trotzdem noch ins öffentliche Netz eingespeist worden ist, beziehungsweise wie viel Energie Ihr Auto gezogen hat. Ja, und fürs Reporting für das Fahrzeug ist das natürlich besonders praktisch, denn hier können Sie direkt abrufen, wie viel Energie zum Beispiel für Ihr Fahrverhalten verwendet worden ist, monatlich, jährlich, täglich und so weiter. Ja, die Analyse in der Historie-Funktion, die ist auch sehr nützlich, hier können Sie dann Detailwerte für alle Interessierten natürlich oder beziehungsweise auch fürs Troubleshooting verwenden, Spannung pro Phase, Strom pro Phase, den Leistungsfaktor, also ProSynos 4 können Sie hier abrufen, die Geräteleistung selber und natürlich auch die WLAN-Signalstärke können hier geprüft werden. Das heißt, hier haben Sie dann wirklich einen detaillierten Blick auf die Daten des Phonios Wattpiloten direkt in SolarWeb. Ja, hier noch ein paar Hinweise zur Integration in SolarWeb. Hier bitte darauf achten, Wechselrichter und Wattpilot zuerst updaten und beide Geräte online bringen, bevor hier ein Hinzufügen in Phonios SolarWeb gemacht wird. Sie können das Ganze dann in SolarWeb einfach unter dem Punkt Einstellungen und Komponenten jederzeit unter Neue Komponente hinzufügen. Hier geben Sie dann einfach die Seriennummer des Phonios Wattpiloten an und können dann hier manuell das Gerät in Ihre SolarWeb-Anlage hinzufügen. Bitte auch darauf aufpassen, der Wattpilot speichert ohne Internetanbindung keine Daten. Das heißt, wenn Sie einmal an einem Standort laden, wo kein Internet vorhanden ist, wo der Wattpilot nicht in einem WLAN hängt, hier werden dann keine Daten gespeichert und auch nicht nachträglich nachgebracht. Für die Wattpilot-Firmware, hier passen Sie bitte auf, dass Sie mindestens die Firmware-Version 36.0 installiert haben und für den Gen24 und Tauro die Firmware-Version 1.12 und sobald das vorgesehen ist, können Sie den Wattpiloten jederzeit in SolarWeb online bringen. Hier bitte auch darauf aufpassen, ein Wattpilot ist jederzeit immer nur in einem SolarWeb-System vorhanden. Das heißt, wenn Sie hier mehrere SolarWeb-Systeme nutzen wollen, müssen Sie den Wattpiloten zuerst manuell löschen und können ihn dann jederzeit hinzufügen. Ja, der zweite Punkt, den ich Ihnen heute hier vorstellen möchte, das ist das Load Balancing. Und das Load Balancing ist eines der ganz wichtigen Funktionen, die der Fronius Wattpilot jetzt hier vereint. Grundsätzlich gesagt, was ist Load Balancing? Load Balancing sorgt jetzt dafür, dass es zu keiner Überlast am Einspeisepunkt kommt. Das heißt, mit Load Balancing haben Sie die Möglichkeit, bis zu drei Wattpilot-Geräte untereinander kommunizieren zu lassen und diese Wattpilot-Geräte werden sich jetzt intelligent die zur Verfügung stehende maximale Leistung aufteilen, um zu verhindern, dass es hier zu einer Überlast am Einspeisepunkt kommt. Das kann ich jetzt als zwei Herangehensweisen sehen. Zum Beispiel, ich habe einen sehr begrenzten Stromanschluss vom Netzbetreiber. Zum Beispiel, der Netzbetreiber sagt, ich habe eine maximale Leistung von 16 oder in diesem Fall zum Beispiel 20 Ampere und ich möchte aber natürlich trotzdem mein Auto zu Hause schnell laden können. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, mit dem Dynamic Load Balancing diesen verfügbaren Strom einerseits auf die Geräte aufzuteilen und auf der anderen Seite, und das ist wieder ein schöner Punkt für die Photovoltaik, die zusätzliche Energie, die von der Photovoltaikanlage runterkommt, diese Leistung zu nutzen, um die Autos oder das Fahrzeug oder das eine Fahrzeug schneller laden zu können, als es der eigentliche Hausanschluss hergeben wird. Das heißt, in unserem ersten Beispiel hier auf der rechten Seite dargestellt, haben wir einen Hausanschluss mit maximal 20 Ampere Leistung. Wir bekommen in dem Moment dann aber von der Photovoltaikanlage 10 Ampere zusätzlich runter. Das heißt, wir können diese vollen 30 Ampere nutzen und die dann sozusagen brüderlich auf zwei Wattpiloten aufteilen und jedes Gerät bekommt 15 Ampere und ich kann die Fahrzeuge schneller laden, als ich eigentlich mit dem Hausanschluss könnte. Das heißt, was der Hausanschluss eigentlich hergibt. Hier bitte darauf aufpassen, natürlich die Zuleitung zu den Geräten, die muss entsprechend die Leistung auch aufnehmen können und die Elektroinstallation im Haus muss das natürlich auch vertragen können. Aber das ist einer der schönen Punkte der Photovoltaik im Match mit der Elektromobilität, dass Sie jetzt hier diese zusätzliche PV-Leistung auch nutzen können, um schneller zu laden. Ja, schauen wir uns also an, wie dieses dynamische Load Balancing jetzt im Detail funktioniert. Wir haben also hier ein Beispiel mit einem Hausanschluss mit einer Maximalleistung von 32 Ampere. Ganz wichtig natürlich in diesem System wieder der Phonius Smart Meter am Einspeisepunkt. Hier teilt uns der Smart Meter natürlich die Leistung mit, die gerade vom Netz bezogen wird, beziehungsweise die wir auch von der Photovoltaikanlage bekommen. Ja, zusätzlich haben wir dann hier zwei Wattpilotgeräte, einen Wechselrichter, der Leistung liefern kann und natürlich Hausverbraucher, die auch beim Dynamic Load Balancing mit berücksichtigt werden. Nehmen wir also an, wir haben 32 Ampere Leistung in unserem ersten Beispiel. Die Verbraucher im Haushalt beziehen auch gerade 16 Ampere. Das heißt, 16 Ampere bleiben über und die werden dynamisch auf das Gerät, auf den Wattpilot aufgeteilt. Im ersten Beispiel kommt jetzt also ein zweites Auto dazu und ich möchte zwei Ladestationen parallel betreiben. Der Wattpilot wird genau das dann erkennen und wird diese zur Verfügung stehende Leistung entsprechend aufteilen und teilt zum Beispiel diese 16 Ampere, die zum Laden zur Verfügung stehen, auf 2 mal 8 Ampere auf und sorgt damit, dass es zu keiner Überlast kommt, dass sozusagen die Sicherungen, die Haushaltssicherungen nicht fallen und sorgt dafür, dass die Wattpilotgeräte runtergeregelt werden, dass es hier zu keiner Überlast kommt. Im zweiten Fall nehmen wir jetzt an, der Phonius Wechselrichter, die Sonne geht auf und liefert 8 Ampere, dann kann der Wattpilot das natürlich erkennen und regelt dynamisch die Leistung nach oben und sorgt dafür, dass jetzt in diesem Moment die Autos schneller geladen werden, als was der Hausanschluss in dem Fall hergeben würde. Ja, natürlich auch, wenn der Hausverbrauch nach oben steigt, nehmen wir an, Sie schalten einen zusätzlichen Verbraucher im Haus ein, dann wird der Wattpilot das auch erkennen und diese Load-Balancing-Gruppe wird jetzt hier die Leistung runterregeln, damit es hier wieder zu keiner Überlast am Einspeisegruppe kommt. Das heißt, Sie sehen, leistungstechnisch ist das Ganze perfekt ausgeregelt. Die Wattpilot-Gruppe wird sich dann immer darauf berufen, was gerade vom Netz bezogen wird beziehungsweise welche Leistung zur Verfügung steht und wird diese Leistung dann entsprechend auf die Geräte auswirken. Der zweite Punkt, das ist dann die Priorisierung und hier haben Sie die Möglichkeit, drei verschiedene Priorisierungen anzuwenden. Das ist die Priorisierungsreihenfolge Low, Medium und High und mit der haben Sie sozusagen die Möglichkeit zuzuteilen, welche Fahrzeuge bzw. welche Ladestationen Ihnen wichtiger sind. Nehmen wir an, Sie haben wie in diesem Fall drei Fahrzeuge angesteckt. Sie möchten Fahrzeug Nummer eins priorisieren, das ist zum Beispiel ein wichtigeres Fahrzeug und Fahrzeug Nummer zwei und drei sollen nachrangig Strom bekommen. In unserem Beispiel haben wir wieder einen Hausanschluss mit 32 Ampere und die Priorität High bekommt jetzt diese vollen 32 Ampere zugeteilt. Wattpilot zwei und drei regeln die Leistung ab null runter und sorgen dafür, dass die höchste Priorität vorrangig und mehr Strom bekommt. Ja, wenn die Priorität High dann fertig geladen hat und die Ladestation verlässt, dann bekommen die zwei übrigen Prioritäten natürlich auch Strom und hier kann ich auch dafür sorgen, dass dieser Strom gleichmäßig aufgeteilt wird, wie in diesem Fall zum Beispiel auf zweimal 16 Ampere beziehungsweise könnte dann hier natürlich noch die Priorität Medium verwenden, damit hier auch das zweite Fahrzeug zum Beispiel mehr Strom oder früher Strom bekommt vor dem dritten. Ja, wenn dann das zweite Fahrzeug die Ladestation auch noch verlässt, dann kriegt natürlich auch die Priorität Low den maximal zur Verfügung stehenden Strom, das heißt hier kann dann auch maximal schnell geladen werden. Ja, die zweite Priorität, die ich jetzt auch noch festlegen kann, die verfolgt über die Lademodi des Unios Wattpilot und hier habe ich dann die Möglichkeit mit dem Eco Mode, Next Trip Mode und Standard Mode noch einmal eine Priorität festzulegen. Hier ist immer gereiht der Eco Mode als unterstes sozusagen, weil hier angenommen wird, dass Fahrzeuge im Eco Mode optional geladen werden mit PV-Überschuss, während Fahrzeuge im Standard Mode eher geladen werden sollten, damit haben die eine höhere Priorität als im Eco Mode. Das heißt hiermit können Sie auch noch einmal festlegen, welche Fahrzeuge vorangegeladen werden sollen beziehungsweise welche Nachhine geladen werden. Ja, kommen wir dann als nächstes zum OCPP 1.6, zum Open Chargepoint Protokoll. Erst einmal, was ist OCPP und wofür benötigen wir das? Open Chargepoint Protokoll, das ist jetzt eine standardisierte Kommunikationsprotokoll, mit dem ich mit der Ladestation über ein sogenanntes Backend mit einer Cloud-Lösung beziehungsweise mit einem E-Mobility Service Provider kommunizieren kann. Das heißt, in diesem Fall ist das ein standardisiertes Datenübertragungsprotokoll, mit dem ich jetzt Daten von der Ladestation, also das heißt vom Chargepoint sozusagen, direkt an ein Backend übertragen kann. OCPP ist jetzt universal einsetzbar, das heißt zum Beispiel speziell für unsere Phonius EMI-Lösung, unser Commercial Last Management Tool, haben wir jetzt die Möglichkeit über das sogenannte OCPP mit den Ladestationen zu kommunizieren und diese Ladestationen für den kommerziellen Bereich, nehmen wir haben sie an eine Firma mit einem Fuhrpark von 20 Ladestationen, diese Ladestationen zentral regeln zu können, die Leistung anzupassen und hier wieder dafür zu sorgen, dass es zu keiner Überlast am Einspeisepunkt kommt. Wie funktioniert jetzt OCPP im Detail? Wie schaut das dann aus? Nehmen wir also an, Sie haben einen halböffentlichen Standort, Sie haben hier einen Hotelbesitzer. Dieser Hotelbesitzer will den Gästen natürlich eine Ladelösung zur Verfügung stellen, möchte aber nicht selbst die Abrechnung dafür übernehmen. Dann gibt es die Möglichkeit, diesen Ladepunkt sozusagen mittels OCPP die Daten und die Rechnungslegung über einen sogenannten E-Mobility Service Provider abzuwickeln und dieser E-Mobility Service Provider, der schickt dann eine Rechnung sozusagen, hat wieder einen Vertrag mit dem Endkunden und kann dann hier die Rechnungslegung übernehmen. Das heißt im ersten Fall nehmen wir an, der Endkunde kommt mit seiner RFID-Karte, die er vom E-Mobility Service Provider erhalten hat, beim Chargepoint Operator in diesem Hotel an, authentifiziert sich mit der Karte, kann den Ladevorgang damit starten und auch wieder beenden und der Chargepoint Operator, diese Daten, die dann an der Ladestation anfallen, die werden über das OCPP, dieses Standardkommunikationsprotokoll, im Backend verarbeitet und dann an den E-Mobility Service Provider weitergeleitet, der dann am Ende des Tages einerseits die Vergütung an den Hotelbesitzer auszahlen kann und auf der anderen Seite den Ladevorgang an den Endkunden weiterverrechnen kann. Ja, das Ganze funktioniert mit diversen Backend Betreibern beziehungsweise E-Mobility Service Provider, ganz wichtig für uns aber natürlich die Anwendung in Fronius E-Mail, speziell für uns bei Fronius. Hier verwenden wir das OCPP, um mit den einzelnen Ladestationen kommunizieren zu können und um diese Ladestationen dann entsprechend auch ansprechen und regeln zu können. Ja, zu guter Letzt ist natürlich das OCPP Voraussetzung für diverse Förderungen, zum Beispiel in Österreich gibt es ja die Wallbox Förderung für Betriebe und damit eine Ladestation für diese betriebliche Förderung qualifiziert werden kann, muss sie über das OCPP verfügen und hier die gute Nachricht, der Wattpilot verfügt eben jetzt über OCPP 1.6 und ist damit natürlich voll förderfähig für die Wallbox Förderung für Betriebe zum Beispiel. Ja, weitere Features wie zum Beispiel der Diebstahlschutz-Cable-Lock-Funktion, hier haben wir die Möglichkeit, das Kabel, das angeschlossene Typ 2-Kabel in der Ladestation zu verriegeln, besonders nützlich zum Beispiel, wenn Sie halböffentlich oder öffentlich installieren und hier vor sein wollen, dass niemand das Ladekabel abziehen kann. Ja, wie schon angesprochen, das Vorhängeschloss kann natürlich verwendet werden, um jetzt hier den Wattpilot des Geräts selber zu sichern, um es zu verhindern, dass hier das Go-Gerät abgesteckt werden kann. Ganz wichtig, noch einmal zur Wiederholung, hier die Fehlerstromschutzeinrichtung mit Gleichstromerkennung. Der Wattpilot fügt jetzt eben über die RCMU und hat damit die Möglichkeit, sozusagen glatte Gleichstromfehlerströme zu erkennen und hiermit wird in der vorrangigen Situation eben nur ein 30 Milliampere Fi benötigt und eben kein Typ B Fi mehr zusätzlich benötigt. Ja, der Wattpilot selber übernimmt dann natürlich auch die Phasen- und Spannungsprüfung für den Ladevorgang. Das ist natürlich eine wichtige Sicherheitsfunktion und auf der anderen Seite auch ein ganz ein wichtiges Feature hier, die Temperaturüberwachung. Gerade wenn Sie zum Beispiel an einer Schoko-Steckdose laden, ist hier die Temperaturüberwachung natürlich ganz entscheidend, dass es hier zu keinen Fehlerfällen kommt. Ja, zu guter Letzt natürlich die RFID-Chips für die Zugriffsverwaltung. Hier können Sie auch beliebige RFID-Karten anmelden. Wir haben hier das sogenannte MyFair-Protokoll implementiert beim Wattpilot. Das heißt, hier können Sie auch beliebige RFID-Karten, die Sie vielleicht schon besitzen, jederzeit auch am Wattpilot anmelden und damit die Zugriffsverwaltung am Wattpilot vornehmen. Ja, als letzten Punkt für heute möchte ich Ihnen noch diverse Anwendungsfälle aufzeigen. Und der erste Anwendungsfall, der natürlich ganz oft nachgefragt wird, ist die Verwendung des Wattpilot mit Fremdquellen. Ganz oft kommt hier die Frage, kann ich den Wattpiloten mit einem Drittwechselrichter oder mit einer Windkraftturbine oder mit einem kleinen Wasserkraftwerk verwenden? Die Antwort ist hier ja, das können Sie jederzeit machen. Alles, was Sie hierfür benötigen, ist sozusagen der Wattpilot-Smartmeter am Einspeisepunkt. Eben ganz wichtig, um jetzt hier die Datenflüsse zu analysieren und zusätzlich neben dem Wattpilot-Gerät natürlich die Phonius Data Manager Box 2.0. Diese Data Manager Box, die dient uns jetzt als Datenquelle, als Kontrolleinheit sozusagen, um jetzt hier die Daten an den Phonius Wattpilot zu senden. Und damit haben Sie dann die Möglichkeit, jederzeit auch eine PV-Optimierung vorzunehmen in Fremdanlagen. Wenn Sie jetzt hier einen Fremdwechselrichter haben oder eben eine andere Erzeugungsanlage haben, können Sie diese Daten, diese Werte jederzeit über den Smartmeter erkennen und die Data Manager Box schickt das Signal an den Wattpilot und Sie können jederzeit auch PV-Überschuss-basiert auch mit Fremdquellen laden. Ja, der zweite Punkt sind mehrere Ladestationen. Wenn Sie jetzt hier mehrere Ladestationen verwenden wollen, ist das natürlich mit dem Dynamic Load Balancing überhaupt kein Problem. Die Geräte werden sich sozusagen untereinander abstimmen, werden den Maximalstrom definieren und werden sich immer entsprechend ausregeln, dass es hier zu keiner Überlast am Einspeisepunkt kommt. Ganz wichtig, wenn Sie die PV-geführte Ladung verwenden wollen, bitte darauf achten, das funktioniert immer auf einem Gerät gleichzeitig. Das heißt, wie in unserem Fall hier, ein Fahrzeug lädt PV-geführt und das zweite Fahrzeug, das kann dann im Standard-Mode mit 16 Ampere fix geladen werden. Sie haben alternativ die Möglichkeit, natürlich die Geräte nacheinander PV-Optimierung zu laden, aber gleichzeitige Verwendung ist immer ein Gerät PV-geführt und die anderen Geräte mit einem fixen Ladestrom. Natürlich, wenn ich Sie zu Änderungen der Verbraucher bzw. zur Erzeugung der PV-Anlage kommt, wird auch diese 16 Ampere fix, also das fix eingestellte Gerät entsprechend den Ladestrom variieren, um jetzt hier eine Überlast zu verhindern bzw. auch den Ladestrom erhöhen, wenn mehr Ladestrom zur Verfügung steht. Ja, ganz wichtig natürlich auch die Priorisierung der Sektorenkopplung, das heißt, gerade wenn Sie jetzt hier den Wattpilot koppeln wollen mit einem heimischen stationären PV-Batteriespeicher bzw. mit einer Warmwassererzeugung mit dem Fronius Onpilot, dann ist das natürlich überhaupt kein Problem. Sie können jederzeit hier auch eine Priorisierung vornehmen und selber definieren, welche Geräte Ihnen hier wichtiger sind, zum Beispiel der stationäre PV-Batteriespeicher oder der Onpilot oder eben entsprechend der Wattpilot. Das können Sie jetzt einfach hier vornehmen, einmal im Webinterface des Wechselrichters hier können Sie eine Priorität festlegen zwischen Batterie und Onpilot, das heißt je nachdem, ob Ihnen der stationäre Batteriespeicher oder der Onpilot wichtiger ist und zusätzlich in der Solar Wattpilot App haben Sie jetzt hier die Möglichkeit, einen Grenzwert für die entsprechende PV-Batterie festzulegen und einen Grenzwert für den Onpilot festzulegen. Hier bitte entsprechend Augenmerk darauf legen, mit diesen Prozentsätzen, also in diesem Fall 20 Prozent State of Charge der stationären PV-Batterie bzw. 20 Grad Celsius Temperatur im Warmwasserspeicher des Fronius Onpilot, habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu definieren, ab welchem Wert der Fronius Wattpilot Strom bekommen soll. Das heißt, nehmen wir also an, ich stelle hier ein 20 Prozent State of Charge der Batterie und 20 Grad Celsius im Warmwasserspeicher, dann wird der Wattpilot immer dann Strom bekommen, wenn diese zwei Bedingungen erfüllt sind. Das heißt, wenn 20 Prozent State of Charge im Batteriespeicher drinnen sind und wenn der Warmwasserspeicher 20 Grad Celsius hat. Ganz speziell Augenmerk darauf legen bitte, dieser Grenzwert verhindert die Entladung des Batteriespeichers nicht. Das heißt, das sind die Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit der Wattpilot Strom bekommt. Wenn Sie hier eine Entladung des Batteriespeichers ausschließen oder verhindern wollen, dann verwenden Sie einfach den Eco-Mode, den PV-Überschluss-basierten Lade-Mode, um hier zu verhindern, dass Energie aus dem öffentlichen Netz gezogen wird. Auf der anderen Seite können Sie diese Funktion natürlich auch nutzen, um die Energie, die Sie in Ihrem stationären Batteriespeicher gespeichert haben, zu verwenden, um damit Ihr Auto zu laden. Das ist natürlich auch eine wirtschaftlich sinnvolle Alternative, denn wenn Sie alternativ Strom aus dem öffentlichen Netz beziehen, zahlen Sie hier natürlich auch immer Netzgebühren und Steuern und das kommt Ihnen am Ende vom Tag natürlich teurer. Das heißt, hier auch die Empfehlung, nutzen Sie auch Teile Ihres stationären Batteriespeichers, um jetzt hier um das Elektrofahrzeug laden zu können. Ja, zu guter Letzt möchte ich Ihnen hier noch die Autoauswahl vorstellen, die Modellauswahl und hier ist es tatsächlich so am Markt, dass es leider noch keinen definierten Ladebereich für das PV-Optimierte Laden der Fahrzeughersteller gibt. Das heißt, hier gibt es kein Standard-Kommunikationsprotokoll und leider ist es so, dass manche Fahrzeuge hier beim Laden Probleme machen. Wir bei FONIUS testen diese Fahrzeuge am regelmäßigen Band und versuchen dann für diese Fahrzeuge einen Lade-Mode zu finden, ein sogenanntes Preset zu finden, damit das Laden für diese Fahrzeuge, die das grundsätzlich nicht unterstützen, trotzdem ermöglicht wird. Und diese Fahrzeuge, die finden Sie in der SolarWattPilot-App unter dem Punkt Auto. Hier finden Sie dann diverse von uns getestete Fahrzeugkonfigurationen, die Sie jederzeit wählen können. Hier wird der WattPilot sich mit diesem Preset dann auf das Auto einstellen, wird dafür sorgen, dass Ihr Fahrzeug trotzdem geladen werden wird. Ja, wenn Ihr Auto in dieser Liste nicht aufscheint, können Sie natürlich jederzeit mit dem Standard-Ladeverhalten laden. Viele Autos am Markt unterstützen das PV-basierte Laden. Die lassen sich hier leicht vom WattPilot regeln. Wie auch immer, ein paar Fahrzeuge gibt es leider, die das nicht unterstützen. Die haben wir dann hier in dieser Liste für Sie zusammengefasst. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen hiermit einen kleinen Überblick über unsere Elektromobilitätslösung über den FONIUS WattPilot liefern. Zusammengefasst ist der WattPilot jetzt also die ideale Lösung mit und ohne PV. Das heißt, egal, ob Sie schon eine PV-Anlage haben oder in Zukunft eine vorsehen wollen, gehen Sie hier auf Nummer sicher, sind Sie zukunftssicher mit dem FONIUS WattPilot. Der begleitet Sie sozusagen in allen Höhlen und Tiefen. Das heißt, wir lassen Sie hier auch nicht alleine. Es kommen regelmäßig neue Updates für den WattPilot raus. Es kommen regelmäßig neue Funktionen dazu und all diese neuen Funktionen sind nur einen Klick entfernt. Wir haben hier Over-the-Air Software-Updates, mit dem der WattPilot jederzeit neu upgedatet werden kann und mit dem Sie hier sozusagen auf die neuesten Funktionen jederzeit upgraden kann. In diesem Sinne sozusagen ist der WattPilot zukunftssicher. Sie können jetzt hier sicher gehen, dass Ihr WattPilot jederzeit auch unterstützt wird, dass Sie hier die neuesten Funktionen jederzeit auch auf Ihr Gerät bekommen. Für mehr Informationen schauen Sie sich auch gerne unseren YouTube-Kanal an. Hier haben wir unter www.funios.com slash WattPilot minus Guide sämtliche Infos zum WattPilot zusammengefasst. Wir haben hier diverse Detailinformationen auf die einzelnen Funktionen. Wenn Sie hier mehr über das Load-Balancing zum Beispiel wissen wollen, schauen Sie sich hier auch gerne unsere How-To-Videos an. Ich freue mich natürlich, Sie zu einem Training außerdem begrüßen zu dürfen. Hier in Wels haben wir Live-Trainings für Sie vor Ort über diverse Funktionen wie Speichertraining, E-Mobilitäts- und Wärmelösungstraining, Installationstraining und so weiter. Schauen Sie hier gern auch auf unserer Website nach. Ja, in diesem Sinne vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit heute. Ich bedanke mich, dass Sie zugeschaut haben. Sage in diesem Sinne vielen Dank fürs Zusehen. Bleiben Sie gesund und fahren Sie elektrisch. Bis zum nächsten Mal hier bei Fronius.